Living Metal Giant Sword. Oh mein Gott, ich arbeite die ganze Zeit darauf hin, dass ich mir so ein Soul-Ding mache und jetzt fange ich einfach eins. Okay, auch chillig. Und das hat sogar Fire Aspect 1. Okay, beste Leben heute. Queer, Queer, Queer Mustache. Queer, Queer, Queer Mustache. Queer, Queer, Queer Mustache. Queer, 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 Queer Mustache. Hallö, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hero Hexed auf dem Hero-Server zusammen mit Hallo, mein Name ist Diener. Hallo. Ihr hättet diese, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Achso, ich bin in meinem Haus. Mein Tokobo würde übrigens von Tim aka MyCraftExpert.de getötet. Der zu eurer Stadt gehört. Das heißt, ich habe jetzt, du hast mehr Tode als ich. Was? Das heißt, ich habe jetzt ein absolut Kriegsverhältnis mit Stadt Rot. Allerdings ist Diener in Stadt Rot und wir dürfen das Portal von Zombie benutzen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich gleich treffen. Okay. Aber ich wollte mir erstmal einen Legia-Bogen machen noch. Und ich wollte auch mal in den Tower gehen. Ich war noch kein einziges Mal so richtig in einem Tower. Ich habe was zum Nikolaus bekommen. Ehrlich? Ja. Was denn? Blaubeeren. Blaubeeren? Die kann man essen. Bei uns gibt es sowas gar nichts. Ich habe Blaubeeren gegessen jetzt. Was sind sie aufgegessen? Ironbogen. Ich habe einen normalen Bogen. Kev hat da vorne ja noch. Und Emeralds und Diamanten. Läuft hart bei mir. Ironbogen? Cookies. Ich brauche Eisen und Seide. Voll schön. Ich finde, in unserer Stadt herrscht ein bisschen Harmonie und so weiter. Weißt du? Ich finde das auch ganz wichtig, dass man manchmal so ein bisschen Harmonie in ein paar Sachen hat. Bei uns auch. Bei uns ist auch alles wunderschön. Hast du Seide für mich? Ne. Danke. Richtige Harmonie. Hä, wir sind noch in Kriegsverhältnissen oder nicht? Ja, wir nicht, aber wir beide haben damit eigentlich nichts zu tun. Eigentlich ist gerade Vollkrieg zwischen unseren Städten und gestern war auch Vollkrieg und so weiter. Aber Luca und ich dachten uns einfach, nee, Gewalt, das mag ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das nur so gesehen. Dann haben die so gelivestreamt und dann wollten die so das, oh, du musst die Stadt verteidigen, Diener. Und ich so, nein, Digga, nein, Digga, nein. Warst du dabei beim Krieg? Ne, weil ich bin, ich bin gegen Gewalt. Ich habe in der Zeit lieber GTA aufgenommen, habe da ein paar Menschen getötet, aber in Minecraft möchte ich keine Gewalt. Das ist das falsche Spiel dafür. Das ist richtig doof, auf jeden Fall. Ey, weißt du, wie ich irgendwie Seide bekommen kann? Ja, aber wenn du zu mir kommst, ich habe ein bisschen was. Okay, gut. Hast du auch vielleicht ein paar Hexikalsachen für mich? Ah, nicht so Bock, ne, ne. Mann, oh, ne. Weißt du, wie Hexikalsachen denn? Hä, Hexikalschenzen, die man für die Rüstung braucht. Ich habe nämlich bisher eine Tribalarmung. Du meinst Hexikalschenzen? Sexikl? Hexikl. Ah ja, Hexikl, nicht Sexikl. Ja, habe ich. Ah ja, Hexikalschenzen, du meinst diese blauen Dinge? Ja. Habe ich aber nicht genug. Ja, klar, danke, Diener. Du machst einem immer eher zur Hoffnung. Und dann hast du es doch nicht. Ah, warte, aber ich habe hier noch eine Seide gefunden. Hast du denn, hast du, du kannst ja vielleicht tauschen. Also du kannst ja zum Beispiel Electric Essenzen bringen, ne. Dann bist du natürlich der Boss. Und dann würde ich dir auch was geben, so. Ich habe eine Electric Essenz, aber die brauchen ja auch selber nachher für mein Electric Stuff. Ich habe mir übrigens, für alle, die mal meckern, dass ich so unorganisiert bin, ich habe, ich habe mir jetzt ein mega Lagersystem ausgedacht. Boah, ich will auch. Weißt du, wie das funktioniert? Nee. Digga, ich baue einfach noch ein Stockwerk tiefer. Da stelle ich 20.000 Kisten rein. Dann tue ich immer alles rein, wo ich keinen Bock drauf habe. Und nur die wichtigen Sachen tue ich nach oben sortiert. Und den Rest schmeiße ich einfach alles nach unten. Also von mir einfach abgeguckt. Ist das bei dir so? Ja. Das habe ich mir voll lange selbst ausgedacht. Voll lange. Ich packe einfach die ganzen Scheiß nach unten und das Wichtige kommt nach oben. Voll lange. Ich möchte jetzt. Ja. Ich möchte jetzt da oben. Ich sehe, da oben ist Seide. Junge, es kann nicht sein, dass ich so lange. Oh, oh. Jetzt kommt hier Wasser. Dass ich so lange hier einfach Seide hinterherlaufen muss. Das ist ein bisschen erbärmlich. Ja. So wie du bald bist, ne? Digga, ich finde, das passt schon zu dir. Seide. Gibt es hier noch mehr? Es gibt es nicht mehr. Wollen wir uns wirklich gleich treffen? Oh, ich habe ein... Oh! Oh! Was geht? Spinne. Willst du die Spinne kuscheln? Oder willst du die Spinne stupsen? Oder willst du die Spinne kuscheln? Aber die lassen ja Seide fallen. Das ist ja eigentlich voll geil. Und ich brauche ja Seide. Ja, wofür brauchst du denn Seide? Für so einen Bogen, oder was? Hast du keinen Bogen bisher? Irgendwie ein bisschen... Doch, ich habe einen Kristallbogen. Aber ich glaube, der Legia-Bogen ist besser. Und außerdem nehme ich jetzt hier ganz viele Rails mit. So einen Kristallbogen ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich den Legia-Bogen verzaubere, ist der, glaube ich, sogar noch besser, oder? Und ich bin hier unten gerade in einem Dings. In einem, äh... Äh... Weißt du, was ist das? Dungeon? Railway Dungeon, genau. Ich glaube, ich nehme jetzt richtig viele von diesen Dings mit, von diesen... Äh, Rails. Und dann machen wir einfach eine riesige Achterbahnfahrt von dieses von hier. Oh, ich habe Schokoladen-Ice-Cream. Oh. Oh, voll nett von denen, was ich alles zum Nikolaus bekomme. Alter, so das haben wir gar nicht. Ja, siehst du, ist halt in der Stadt, Stadt Rot, ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen Gemeinschaft ganz wichtig. Und es ist auch, finde ich, sehr gut. Und ich habe einen grünen, leuchtenden Pilz. Und den habe ich selbst im Nether gefunden. Ich wechsle die Stadt. Offiziell, jetzt hiermit. So, ich bin jetzt Mitglied Stadt Rot. Nein, oh fuck, ich möchte hoch. So. 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 Du musst jetzt schreiben, dass du auch immer brav an den Nikolaus glauben wirst. Nee, aber das mache ich ja nicht. So. Ich kann ja nicht lügen. Mama hat immer gesagt, nicht lügen. Dann sage ich, okay. Ich verstehe nicht, was in den Höhlen immer so an diesen ganzen Sachen runterhängt. Da hängen einfach sowas von viele Sachen runter immer von oben. Verstehe ich auch nicht. Ich finde diese Magnetize-Axt richtig geil, die ich habe. Immer wenn man da mit Baum abfällt, kommen alle Items zu einem hingeflogen. Oh, das ist schön. Okay, ich habe jetzt 18 Seide. Das sollte eigentlich reichen für so einen verkackten Bogen. Jetzt möchte ich wieder nach Thomas. Und ich habe gar keine Rails mitgenommen. Oh man, verdammt. Fuck, verdammt. Auf welcher Höhe bin ich? Mann, Mann, Mann. Ich mache jetzt erst mal Crab-Kisten, wo ich in den Scheiß reinpacke, Alter. Aber den Rucksack muss ich da auch draus malen. Also eigentlich sind unsere Städte ja im Krieg. Allerdings sollen den und ich in dieser Folge ein Buch nehmen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Wir nehmen ja ein bisschen mehr auf. Wollen wir ein Buch nehmen, das verzaubern und dann wollen wir da einen Friedensvertrag. Stopp! Noch nicht zu viel verha... Ich mache da einen Piep drüber. Okay. Ich vergesse es eh. Ja, und ich auch. Oh man, verdammt. Verdammt! Okay, nein, wir vergessen das nicht. Ich poste jetzt bei Twitter. Okay. Nein, dann verrate ich es ja. Piep drüber, Piep. Wir haben vor der Aufnahme am Instagram-Battle gemacht. Das müsst ihr mal abchecken, Alter. Links zu Instagram in der Beschreibung. Auch Twitter. Auch auf Twitter haben wir Battle. Und Facebook auch. Und vor allem der Dena ist so ein Kandidat, ne? Ich stehe auf, 11.05 Uhr, alle Wecker verbennt. Sehe eine Nachricht. Hör, wo bleibst du? Hast du wieder... Bist du wach? Oder irgendwie sowas. Und ich so, jo. Darf ich mir noch ein Brötchen holen? Nein, ich will aufnehmen. Dann komme ich... Beeil ich mich richtig, komme dann vorm PC. Du hast dich, aber du warst eine halbe Stunde zu spät. Ach, mein Shader ist draußen, sehe ich gerade. Du warst eine halbe Stunde zu spät. Keine Wahrheitsverdrehung, D.K. Was ist das der hier gewesen? War das der Shader hier? Moment. Oder war das der hier? Soll ich den Shader stupsen? Oder war ich den Kuschel? Ich weiß nicht, war das der hier? Ich glaube, das war der. Ja, das war der. Der ist schön. Oh, Entschuldigung, dass kein Shader drin war. Hab ich vergessen. Von so einem her, sehr traurig. Du hast einen Legia-Bogen, oder hast du... Ja, ja. Oh. Der macht auch sehr viel Spaß. Wie... Das ist schön. Wie kommt es eigentlich, dass du auf einmal so gut aufgestellt bist? Digga, ich bin einfach... Ich bin der Babo geworden. Von heute auf morgen. Heute... Ich war Babo. Und ich werde auch nie wieder aufhören, Babo zu sein. Okay, gut. Ich habe acht Hexikale-Sensen, aber ich brauche mehr. Ich möchte mir eine Scale-Armor oder eine Thief-Armor machen. Ich weiß nicht. Alle meinen, die sind ungefähr gleich gut von den... Soll ich die Safe-Armor stupsen? Oder soll ich die Thief-Armor? Ich stupse dich gleich mal in dein Gehirn, Alter. Nein, ich brauche noch mehr Eisen. Ach, keine schlechte Idee. Ein Eisen. Ja, ich habe gleich einen Legia-Bogen. Dann verzauber ich den erstmal. Dann wollte ich auch noch meine Rüstung mit... Kann man denn jetzt noch zwischen unseren Städten durchs Portal durchgehen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe einen Legia-Bogen. Juhu. Weil du darfst. Der wurde dir erlaubt. Es wurde uns von Zombie erlaubt, dass wir durch die Portale durch in die jeweils andere Stadt gehen dürfen. Voll nett. Wer ist eigentlich als König bei euch? Ich. Ernsthaft? Nein, als ob... Denk mal nach. Ja, darum habe ich gestern. Ernsthaft. Ich wollte mir echt vorstellen. Äh, Kev ist König. Ah, okay. Ach, Kev der Kriegstreiber. Kev hat für mich gewählt. Das hat mich so gewundert. Ich weiß nicht... Das wundert mich auch. Warum? Ich weiß einfach nicht, warum. Wie kann man nur Konkrachter werden, ey? Ich brauche Erfahrung. Hier müssen jetzt ein paar Leute runterfallen. Ich habe so viel Scheiß, Alter. Was bringt eine Chocopedia? Oh, der hat irgendwas fallen lassen, Alter. Was bringt eine Chocopedia? Du hast doch sowas mal gehabt, dachte ich. Äh, damit kannst du Chocobus umbenennen und sowas alles. Diga. Hört sich nett nicht mal an. Der Zombie hat das Schwert aufgenommen, was da in der Kiste rumlag. Der Zombie, ja... Oh mein Gott, und jetzt wagt er hier rum, ich kann ihn nicht töten. Doch, kann ich. Ich gebe mir das Schwert. Alter, was ist das für ein Schwert? Living Metal Giant Sword. Oh mein Gott! Ich arbeite die ganze Zeit darauf hin, dass ich mir so ein Soul-Ding mache und jetzt fange ich einfach eins. Okay, auch chillig. Und das hat sogar Fire Aspect 1. Okay, beste Leben heute. Nee, so gut ist das nicht. So gut ist das gar nicht. Ich finde das gut. Das macht mehr Schaden als mein verzaubertes Diamond Giant Sword. Maybe true. Ich schaue jetzt mal, warte mal. Mein verzaubertes Diamond Giant Sword, wenn ich jetzt gleich mal ein Zombie kommen sollte. Aber ich hasse es, ich sortiere die ganze Zeit, sortiere hier nur und dann ist es auch nur scheiße. 13. Das macht 13 scheiße. Und das Living Metal Giant Sword macht 9 und es ist nicht mal so heftig verzaubert. Das heißt, ich werde das jetzt ein bisschen verzaubern. Ich habe hier übrigens voll viele Strings, die ich dir geben könnte. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen. Jetzt zu spät. Okay. Ich habe sogar einen Revolver. Scharpen ist 5, mache ich jetzt mal. Knockback, ach, kann ich jetzt gar nicht. Jetzt muss ich erstmal Schokoladeneisscream essen. Lecker schmecker. Ich weiß gar nicht, Dina, weißt du, was das Beste... Ja, jetzt macht er schon 20 Schaden, Alter. Weißt du, was das Beste Schwert ist im Spiel? Ich habe gelesen, das soll das Cracknerite Sword sein. Das ist possible, basically. Ich habe mir ja eine... Ich habe ein Ender-Schwert. Das ist auch ganz nett. Das Ender-Schwert ist praktisch kaputt bei mir. Ender-Giant-Sword oder Ender-Sword? Ender-Sword. Alter, das ist ja kacke. Ne, Ender-Giant-Sword. Ne, ist doch das Bessere. Wirklich, Juni-Sport. Brauchst du ein Schokopedia oder hast du eins? Ich habe eine. Ich habe eine, aber wofür brauche ich das? Die Frage lieber. Wenn du ein Chocobo hast, kannst du das damit umbenennen und kannst machen, dass das dein, dass das dir gehört, also dass Ouna-Dena das ist. Okay. Und dass, ähm, du... dass das stehen bleibt oder wandert. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Stimmst du? Fäde ein, einhüllst du nicht. Da kannst du, kann man mich nicht reinlegen. Das ist blöd, dass die Namen blau sind. Decker. Ich hab acht Level, ich brauch mehr. Ich möchte meinen Living Metal Giant Sword so heftig verzaubern. Unbreaking ist aber auch eigentlich wichtig. Unbreaking. Dega, liest du eigentlich gar keinen Chat oder was? Der Drick ist der Beste. Wieso hast du das Sternchen davor gemacht? Dega, weil ich der Barber bin. Achso, das ist der Grund. Ja gut. Weil ich der Beste bin. Ich bin jetzt auf der Suche nach Brick, weißt du warum? Nach Brick, wenn schon nach Clay, du Fotze. Ja, das mein ich, aber ich dachte, du kannst so weit denken. Oh mein Gott, da ist ein Geier. Er wird sterben. Ein Geier. Oh, ich hab keinen Pfeil dabei. Tiff hat mir das übrigens alles reingetragen, das ist voll doof. Ich darf meine Rüstung auf diesem Rüstungsständer nicht draußen stehen lassen, weil das angeblich das nicht der, äh, von Kevs, äh, Kampfmaschinen-Boilerei hier, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Und warum sponst du nicht mal mehr? Dega, jetzt muss hier irgendwo mal so ein Scheiß, äh, äh, Skelett sein, der mich das killen kann. Warum das muss ich denn? Damit ich einen Pfeil bekomme, weil sonst ist meine ganze Waffe gerade nutzlos. Du, ich hab circa 30.000 Stacks. Von was? Pfeile. Ja, ich hab auch genug, nur nicht dabei. Ich muss hier erstmal ein bisschen Clay abbauen. Clay. Ich pack jetzt einfach mal ein paar Bögen hier, mein, die, oh, die Bögenkiste ist voll. Klar. Ich pack das jetzt einfach hier noch mit rein. Weil dann baue ich mir ne super, ne super Sache, mein Lieber, Jungs. Glaubt mir. Die beste Waffe der ganzen Welt. Du hast übrigens auch ne Goldfeder von mir gehabt, du Blödmann. Ja, ich war doch gerade im Winter. Du sagst in der einen Folge, oh, ich hab doch hier ne Goldfeder, bla bla, die ist mega gut, anstatt zu sagen, danke an Kongrafter. Ich wüsste es, glaube ich, nicht mehr, dass ich die von dir habe. Okay, danke an Kongrafter. Ich kann mich auch noch gut an die Situation erinnern, als ich vom Turm geschubst wurde. Das wusste ich aber, dass du da, ah, oh mein Gott, starker Zombie, starker Zombie, starker, das ist ein Skelett. Wieso kann ich eigentlich nicht? Stirb doch. Boah, Alter, der hat mich fast geboxt, Mann. Nee, klar, er wollte nur kuscheln. Er hat eine Fresorite-Ex fallen gelassen. Bringt gar nichts. Oh Gott. Nein, ich werde sterben. Ich werde ernsthaft sterben. Oh mein Gott. Oh, oh. Wie viel Leben hast du verloren? Holy crap. Ja, halbes Leben. Ist immer so. Es gibt so viele Facebook-Bilder davon. Ich werde sterben, man sieht so unten so neun Herzen. Nein, diesmal habe ich echt fast das halbe Leben verloren. Ich habe auch nur noch halbes Leben, aber ich bin nicht Däne. Ja, aber ich bin fast gestorben, weil ich im Wasser festgesteckt bin. Und mich ertrunken faschen. Das war voll tragisch magisch. Da musst du auch mal so nachvollziehen und so. Das war wirklich, ich war auch, es ist, ich, ja, es ist auch, ich, ist auch, ich, ist auch schwere Situation für mich. Wir nehmen die eigentlich schon auf. Nicht, dass wir so lange und so viel und so weiter aufnehmen. 15 Minuten. Ja, okay. Das geht ja noch vom Sommer her. So, warte. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Level 10, damit ich hier das Ganze hier jetzt mal. Oh, er hat ein Hexikal-Diamond einfach fallen lassen. Er lässt einfach ein Hexikal-Diamond fallen. Alter, ist das geil. So ein Skelett lässt einfach ein Hexikal-Diamond fallen. Also quasi vier Hexikal-Diamond fallen. Oh, das ist sehr gut. Boah, das ist mega gut. Und das hier ist das hier, Jungs, das ich mir craften möchte. Aber da brauche ich noch ein paar Sachen für. Nämlich das hier. Und da brauche ich halt das hier. Darum habe ich mir Clay geholt, Digger. Digger. Knockback. Fire-Aspekt. Nein, Knockback. Fall da drauf. Knockback. 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 Digger, komm, Craft, Alter, ist da Lust bei dir. Fire-Aspekt 1. Was soll denn das? Was ist denn Fire-Aspekt? Nochmal. Ha, was soll das? Ha, was soll das? Was ist denn Fire-Aspekt? Und wieso kann ich Soul-Tether jetzt nicht draufpacken? Ah, doch geht. Enchant. Ah, perfekt. Ich habe ein Living-Metal-Giant-Spot mit Unbreaking 2, Sharpness 5, Knockback 1, Fire-Aspekt 1 und Soul-Tether. Boah, das ist ja aber toll. Wenn ich sterbe, dann habe ich das immer noch. So, und wenn ich damit jetzt ein Zombie schlage, kriege ich da einfach mal 25 Schaden. Also teilweise. Auch manchmal weniger, aber. Oha, wie geil. Und dann werde ich mir wahrscheinlich dann, also wir werden ja gleich die Folge beenden, dann nehmen wir noch eine Folge auf, und dann mache ich mir eine, oh, Thief-oder-Scale-Rüstung. Ich frage jetzt bei Facebook. Nee, bei Twitter besser. Thief-oder-Scale. Thief-oder-Scale. Ich gehe auf meine Twitter-Seite, was sehe ich da? So Pilze mit ganz großen Augen. Das von mir. Gerade Hero am Aufnehmen. Scale-oder Thief-Rüstung machen. Schnell. Schneller, schneller. So, twittern. Alle Saar werden heller. So, dann werde ich da in zwei Minuten nochmal vorbeigucken. Mein neues Lagersystem ist mega gut. Okay, toll. Ich bin voll stolz auf mich. Ich kann das auch noch mehr von den Kisten machen usw. Ich habe auch so viele Kisten, weil einfach nur Scheiße drin liegt, ne? Das ist so kacke. So, übrigens wüsstest du, dass wenn du die Emerald-Charts in der Hand hast und rechtsweg machst, dass du dann Emeralds bekommst? Ich? Ja. Wieso sagst du mir das? Weiß ich nicht. Ich wollte es nur sagen. Achso, hast du gesagt. Wusstest du? Wusstest du. So, ich dachte, übrigens, ich habe verstanden, übrigens, du wusstest, nee, keine Ahnung, was ich verstanden habe. Mein Shader ist ein bisschen komisch. Meine Kisten sehen aus, als würden die wehen. Aber egal, chillig. Das ist auf jeden Fall cool. Chillig. So, ich habe zwei Chocopenias jetzt wieder. Äh, Copper. Ich wusste gar nicht, dass es hier Copper gibt. Mein Lagerraum hat keinen Boden. Der Boden ist auch Kisten. Überall Kisten bei Däna. Ganze Haus ist eine riesige Kiste. Boah, wie geil das wäre. Boah, das wäre voll... Boah. Boah, wow. Richtig Baba. Ist ja, like, oh my gosh, that's like amazing, like, oh my. Iron Big Sword. Ähm. Die Diamond Axe kann ich da noch reintun, die Iron Axe auch. Kristallbogen oder Legiabogen? Ich weiß nicht, wer besser ist. Kristallbogen schießt schneller und Legiabogen schießt halt zwei Pfeile, aber die buggen manchmal. Ich habe ein Legiabogen, aber ich würde vielleicht bald mal einen Kristallbogen machen. Ist von Firma her... Äh, Kristallbogen ist mehr was für die Skiller. Schläge hat, glaube ich, auch einen. Schläge ist der beste. Und... Kann man nicht einen Kristallbogen mit zwei Pfeilen, Alter? Boah, wie OP das wäre. Ich glaube nicht. Boah, das wäre richtig heftig. I don't think that's possible, but I don't know what I'm talking about. So, like, you shouldn't, like, think, like, what do I do, because that's, like, not what you want, basically. I'll say. That's what I'll say. Okay. Okay. So, I need some, some gold, basically now. I'm like, that'd be amazing. Besser, als wir da together schon eine Folge auf Englisch machen wollten, dann waren wir einfach eine Minute dabei. Ey, lass das, lass das heute mal machen. Ey, wir müssen die Folge beenden! Nein, wir sind bei 19 Minuten gerade. Oh mein Gott! Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Lieben York. Es ist in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es kurzen Krieg zwischen ConCraft und mir. Ja, ganz, ganz kurzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben York. Schauen Sie den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann schaut bei Instagram vorbei. Link in der Beschreibung. Da haben wir Instagram beef, Twitter, beef, gemacht. Und es war voll krass. End krass oder nicht. Schauen Sie auch bei ConCraft vorbei. Und dann ich halte gerade Knoppers in die Cam. Mini Knoppers. Knoppers Mini. Vielen Dank fürs Zuschauen. Halt mir rein. Bis morgen. Mach's gut. Ciao.